Nummer 32, Oasis, eine deutsche Stute von Let's Go aus der Ondine des Ormands. Let's Go gehörte zweifellos zu den besten und erfolgreichsten deutschen Trabern. Zahlreiche Siege im In- und Ausland sorgten dafür, dass seine Gewinnsumme die Millionengrenze überschritt. Seine bisher besten Nachkommen in Deutschland sind Notioncom, Let's Go On und Medofushi. Der französischen In-Love-With-You-Tochter Ondine des Ormands gelangen bei lediglich 19 Rennen, die sie bestritt, sieben Siege. Oasis ist ihr erstes Produkt.